Jo, Damen und Herren, jetzt willkommen zu einem weiteren Tiny Tina's Wonderlands Waffengehalt. Heute geht es um eine Bratpfanne. Ja, ihr habt richtig gehört, um eine Nahkampfwaffe. Das ist eine Bratpfanne. Wir befinden uns hier im Drift. Um genau zu sein, ich zeige es euch mal auf der Karte. Ich stehe hier. Das heißt, von dem Punkt lauft wir kurz hier hin. Und wir wollen ein Riesenskelett fahren. Da müsst ihr jetzt erstmal hier rein. Aber übrigens, hier kommt der erste Reim, wenn ihr eine bestimmte Sidequest abgeschlossen habt. Aber die geht eigentlich relativ schnell. Und so viele Sidequests gibt es hier nicht. Dann müssen wir hier durch dieses Portal durch. Und daraus geht es dann zum Boss. Und jetzt verlass mein Hai. Schlecht gekämpft, aber gut gestaubt. Ja, damals. Bratpfanne des Abarmuslosen. Gut, das war es dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann tut das. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Haut da rein. Mit. Bei. 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 Untertitelung des ZDF, 2020